Battlefield 3, ja, Markus am Start hier, ja, schnelle Runde hier mal, ganz schnell, hier im TDRM, auf Operators Firestorm, und es läuft und direkt weg ist nichts. Sollen wir es mal ein bisschen leiser machen, so, ich glaube, so geht's, hoffentlich, wer eigentlich nichts an der Sound Einstellung verändern hat, sollte man auch genauso gut sein wie vorher. Dann spielen wir auch hier mal zusammen, ey, Markus und ich, muss auch mal wieder sein. Mhm. Fangen gerade, der fällt sich. Spacken, ey. Oh, leu! Oh, woher wäre ich, bin ich verschossen. Da! Oh, da ist es, leu, 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 leu. Toi. 0-2, super Start. 2-1. Ach, ja. Ja, ja. Da oben sind schon wieder die Sniper. Ich bin schon im Sack. Oh, lol. Willst du mal verrecken? Geht doch. Wir setzen ja Gammler. Ja, die Gammler sind alle im Lagerhaus hier. Mal rein. Ja. Bei den Containern sind die alle. Ja, bin schon. Ja, nö, eigentlich im Lagerhaus, hier kommen die ganzen rein. Ja, im Container war auch. Du nächstes Noob. Komm, 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 sag, 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 sag. aber bei tdm finde ich sind wir nicht mal so overprogramer geht so ja das geht bei den 64 man da sind overprogramer alter wie die nicht verrecken ey 16% leben noch was habe ich hier eigentlich als achso sehen wir auch noch mit was ist das denn alter das war mein gegner also wie die snipe immer auf den dinger da sitzen ja ich auch die hecken hocken alle in diesem großen lager was da drin ja ich hab die map noch nicht tdm gespielt hab ich noch eroberungen gespielt ne ich schon öfters ich hab schon viel tdm gespielt diese sniper alter ja die sitzen immer auf den dinger da oben na nicht nicht nur quickscope machen sie hier nicht hardscope aber alter nein sich von zwei seiten vorher rennen sie wieder in die lagerhandler ne leute sich denn auf dem boden ich hab mich überhaupt nicht gesehen in rennen verstecken auffrischen rausrennen wieder angesnipt werden wieder verstecken wieder auffrischen wieder aufs rennen wieder angesnipt werden die sind nur am campen da oben ja geht gar nichts da die ump hab ich auf dem fernkopf überhaupt keine chance haben wir eigentlich mal wieder eine pissrunde hier ach die geht oh nein alter wie viele denn lager ach wieso kommen die denn jetzt alle von hinten ey die ump auf dem fernkopf geht gar nicht klar ja sag ich doch naja kampf bummste alle weg ne weil die g18 ne ja g18 schall gedämpft ja die geht so geil ab ich gehe doch richtig auf die wache wieder hinweggesmackt NEIN oh von hinten na weißt du wie sind die auf den dächern oder sind die unten drin mit der minimap weißt unten drin da und runter gesprungen selbstmordert ich muss nicht da können die mal drauf gehen alter ja sicher ist noch einer wie viel sind denn da ey ich bin zwölf gegen zwölf ey ist die map voll klein aber die ist echt klein stimmt ich seh grad die ist echt voll klein da ist einer am mörsern oben auf dem container hat der sinn oder so oben auf dem container hat der sinn oder so boah hab ich den gesprungen ah ja wie viel sind denn hier hier sind alle oh ich durchlöcherle ey 6 9 super alter mann ach sen von hinten wieder Markus was soll das ich sterbe immer von hinten ich will aber nicht nein ich möchte nicht mittlerweile fände ich die maps aber langsam ausgelutscht ey ich muss battlefield 4 haben ey ohne schaß ey metro lol lol das liegt ne aber metro geht immer noch wach ja klar metro geht immer noch 24 7 manchmal voll die licks ey manchmal treff ich die nicht bei dir hinter dem container deck die mal weg hinter dir hinter dir bei so einem container steht einer what the fuck boah what the fuck boah er ist weggestackt ja gut noch einer nein der sniper war da oben drauf oh god der ist nicht tot oh mein kollege jaaa da hab ich ihn gegeben da geht doch wie gesagt gut boah da am eingang steht einer und ist reingerannt ja ich sehe es 2 ich muss alter hier im moment gar nicht gleich nein nein ach der mit seinem scheiß entgegen er schießt einen ab und wird direkt beschossen sieh das hat doch schon schalter drauf nein wo stehen die denn immer keine ahnung guck ist die ich kenne die auswendig klar aber ich trotzdem die hocken ich weiß nicht doch boah meine container sind auch welche da sind gar nicht mal so wenige da sind gar nicht mal so wenige ja im moment habe ich gerade ich sehe hier genug gegner fuck wo war der denn noch hinter mir ey scheiß mein container geht es richtig ab ey ich habe 4 leute gesnackt ich habe alter ok da sind richtig viele jetzt hätte ich einen sniper gebraucht ja wo du gerade hinläufst da sind richtig viele da unten drin oh ja und ich ich bin bei dir was schott wo ist denn der schott gar nicht ein schuss down wo ist denn der hingerannt der ist aufgerutscht der ruht vom Wanner hat geknallt ach so da hinten sitzt noch einer ich bin jetzt mal durch bestimmt wie auf dem offenen fels bestimmt wie ein sniper ne na wo ist der na ja schon toll ich verlang es hier von denen gemessert zu sein und die hier eh überall stehen wir werden auch so komisch gespawnt hier das stimmt wohl sind die Spacken jetzt bin ich bei euch grad Rille mal aufsetzen hier ach so oh uh uh kann man da Blicke reißen ich will sowas trotzdem noch die UMP ne jup na geht was haben wir denn ja 1310 ist nicht der beste Scorer ja komm geht eigentlich gar nicht ne wow wow ich musste nachladen fuck das war doof ja der hat mich auch noch klar das ach so der hat noch Unterstützung gekriegt mit der Anti-Rex da keine Ahnung Lois wollen wir direkt von der Granate getroffen hier sind die Profile da hängt ein Sniper wieder oh der war nicht tot schon komm schon lauf 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 was ist denn der ah hier oben ist er oh lois Sniper mit Schottie ist hier gar nicht klar oh der musste Labor oh runter 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 Ja naja hab ich Jujujujuj hier wird ja auf dem Fallschirm gespawnt Ach nö. Zack. Ich muss nach Land. Lass mich nach Land. Nein! Das ist nicht wahr. Endlich stirbt der Kollege. Halbzeit Jungs. Weiter gehts. Jetzt hab ich irgendwie Hunger. Scheiße! Nein, 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 nein. Snipe mich nicht an, ihr Säcke. Voll die missgestalten. Aber es geht gar nicht, ey. Naja. Boah, ich treff... Alter, ist so unfair. Du triffst 90% und bei den letzten 10... Next. Schreiß, Junge. Vier auf Entfernung geht so gar nicht, klar. Alter, wie die nicht... Aber auf dem offenen Feld stehen ist natürlich... Kein Schlauch. Zack. Was kann man hier sonst nehmen noch? Oh, ich nehme mal unentscheid, nehme mal ein Feld des MG hier. Na, ne. Da bin 30, aber nix, ey. Ich kann mit dem MG nicht spielen. Wieder eine Hilfe bei Kill, oder? Da hab ich keine Muni mehr, ey. Guck euch das an. Guck euch das an. Guck euch das an. Guck euch das an. Das musst du mal angucken, Marco. Ich hab gleich 100 Kugel auf den Typen geschickt. Die Chancen haben nicht gekillt. Wie wenig Damage machte an so MG, Alter. Wie soll ich das nachladen gedrückt? Das war richtig scheiße. Stimmt, so ein Ding muss ja nur nachladen. Boah. Was? Was hab ich denn hier drauf? Keine Muni mehr. Du B2 bei ihnen drauf. Komm, nix. So, geneift erstmal. Ah, da kommt natürlich einer, der mich abknallen muss. Regt ihr dich schon auf im Chat? Alter, ich kann mit den Dingern nicht spielen. Gibt mir hier meine UMP, ey. Aber komm. Die Fläuse sind dahinten. Die Fläuse sind dahinten. Ja, Alter. Sogar nachladen. Ich treff die nicht mehr. Ich kann mit dem Scheißding einfach nachladen. Ja. Ich kann damit nicht. Oh, nix. So gut wie tot, ey. Scheiße. 5% Leben, Amok. Zack, von hinten. Das war klar. Die Reihe ist mir einfach super weg. Die Kackdinger. Ich bin nur noch jeden Noob, der mit dem Scheißding spielt. Aber echt nicht mehr so einfach ist das gar nicht, finde ich. Hm, doch. Wenn du in Zweibein hast, ist das Ding so präzise. Ich hab Zweibein gerade alle abgepackt. Weil Zweibein wirklich, wenn du nicht irgendwo hinlegst oder draufstellst, alter Scheiße, ey. Ja klar, mein ich doch. Die liegen ja auch immer nur. Deswegen. Ja, na gut, okay. Boah, ich werd gespawnt und kommt einer von hinten. Was soll das denn, Mann? Das ist ja richtig asozial. Richtig, richtig asozial, ey. Leute, was hab ich denn gemacht jetzt? Was? Wieso immer von hinten? Da liegt der in der Mitte auf dem Boden, Mann. Oh, auf dem Asphalt, Mann. Was soll das denn? Oh, Mann. Ohne Spaß, ey. Gibt eine schlimme Taktik schon wieder weiter. So, dass den keiner sieht, weißt du? Nein. 2017, ey. Das ist ein Witz. Fuck, besser. Nein. Bist der Wichser. Kannst nix. Jetzt versorgen wir wieder alles hier. Scheiße. Boah. Alter, die haben wir übertreiben. Alter, hört doch mal auf. Alter, das kann nicht wahr sein. Lieben ihr Kack. Der mit der Kack. Ah, Kai. So, okay. Man darf ja mit FPG spielen. Okay. Alles klar. Oh, scheiße. Jetzt geht's los, ey. Das braucht mehr. Ich bin doch nur am verrecken hier. Ja. Nicht die Treppe hochgehen hier. Nur Wixke beim Start hier mit den Scheiß-Gümmelwaffen, ey. Das reicht mir grad aber hier, ey. Ich hab wieder bloß auf dem Feld gelaufen. Der sieht mich schon... Ja, der hat mich direkt gesehen. Scheiße. Boah, 27, 23 hat eben noch tausendmal bessere Karten. Alter, Mann. Das hat die Spawnschutz, ey. Eigentlich, dass wir das gar nicht haben. COD gibt's auch keinen Spawnschutz. 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 Sputz, sputz, sputz. Ähm, Alter, ich werd die ganze Zeit gekillt. Ich kann nix machen. Immer von hinten. Ja, ich auch. Jetzt wollen wir gleich ne andere Runde suchen. Ich spawn hier bei so Kackorten immer. Direkt vor... Hintergegen. Ja, das ist... Die Map ist einfach so dafür gemacht. Alles schon wieder. Ja. Die Spawnschutz spielen ja alle so selten. Ich werd noch negativ, ey. Ich hatte irgendwie 23, 16... Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, ich spawn hier mal direkt neben dem Gegner. Darf ich immer weg-snacken? Natürlich. Das ist jetzt auch mal fair. Kann ich auch mal neben dem Gegner spawnen. Die ganze Map ist einfach asozial, ey. Viel zu viel Ort, wo man sich vercampen kann, ey. Oh, ne Witz. Ja. Ich hab ne geile Position hier. Ja, wie hängst du denn da? Warte, der oben hat damit nicht gerechnet. Ja. 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 Das geht mir nicht. Das geht nicht. Was denn? Was denn? Nein, Markus oh... Verlier' wir gleich gerade? Ja. Aber wir haben alles verloren. Okay... Uhhh... Okay, die Map ist Homo... Die spielen nicht noch mal. Du tasting Como. grad chrome misst du nicht immer mal auf Doom. Du hast die keyboards指 seinㄹ .. Jию Islam... Das kannst du dir gerne angucken. ist vorne mit bericht geschossen ist so ist denn ohne sonst nein danke danke geile traum vorbeigekommen kriegt ja die alte meine anti-aggressions trauben der zum pulver drin das macht mir immer muschi im kopf ich mich nicht so auf richtig laune gemacht ja wo wir haben verloren was nicht die schade von uns nach wo schon das beste am team hier ja was erster und scheiße für dich war ja muss man nicht so nennen alter die bemerkte gar nicht klar ich bin keine achtung ich habe ich nicht warum nein 349 punkte mal geil nächste runde kornel ja gut dann würde ich sagen hau da rein wir suchen uns aber oder ok bis zur nächsten folge ja